Hallo ihr Menschen, es ist Samstag. Ich habe sehr wenig geschlafen, da ich Nachtschicht habe und jetzt ist es gleich Viertel vor elf. Ja, genau. Und ja, ich fahre heute nach Hamburg und wir gehen ins Musical. Und ich freue mich. Wir gucken nur Tanz der Vampire. Ich freue mich richtig. Ich habe da richtig Bock drauf. Es war auch für so Musical-Planung eigentlich relativ spontan. Also wir haben, glaube ich, einen Monat vorher oder so die Karten gekauft. Und dann war das so, ey Leute, das ist noch diesen Monat. Voll geil. Ja, und da freue ich mich sehr drüber. Das ist halt auch immer sehr chillig, weil meine Tante halt in Hamburg wohnt, beziehungsweise in Norderstedt, was ja nicht weit weg ist. Deswegen kann man da immer einfach mal hinfahren. Das ist immer ganz angenehm. Und ja, ich labere jetzt nicht viel rum. Ich muss nämlich mich fertig machen und los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.